Es waren einmal, vor sehr langer Zeit, in einem magischen Königreich, sechs junge Mädchen. Sie absolvierten die Feenschule und machten sich auf, um die Mächte des Bösen zu besiegen. Mit der Macht gibt es nichts mehr, was mich aufhalten kann. Es wird Zeit, dass unsere stolzen Absolventinnen ihr Amt als Schutzfeen antreten. Erstmals im Kino. Mit Janett Biedermann als Blum. Ich weiß, dass meine Eltern in der magischen Dimension verloren sind. Ich muss sie retten und ihr seid der Einzige, der mir helfen kann. Stelle dich der Realität. Nein, nein. Blum! Hör auf mich, kleine Schwester. Du musst deine Suche fortsetzen. Dann leg los, Blum. Du weißt, wir helfen dir. Geil. Ich liebe dich, Blum. Glaube an dich selbst. Es soll der geheime Eingang zu einem finsteren und grauenhaften Ort sein, der Angst und des Schmerzes. Hilfe! Oh nein, Rillen! Stella, was ist da draußen los? Das wollt ihr lieber nicht wissen. Wie sage ich immer so treffend, Mädels? Wer mächtig ist, der ist auch beliebt. Wir bleiben immer die besten Freundinnen. Wings Club für immer! Wings Club. Das Geheimnis des verlorenen Königreichs. Demnächst nur im Kino. Das Geheimnis des verlorenen Königreichs. Vielen Dank.